Und die Küchenbörseinsolvenzräumung geht weiter. Hier haben wir eine moderne Knallerküche, Betonoberfläche, Betonoptik, Weißlackmatt mit Lachsroten Fronten. Die Küche zeichnet sich auch wieder durch eine tolle Vollausstattung aus. Wir haben eine Granitspüle von Blanco mit Armatur. Wir haben tolle Auszüge mit sehr angemessenen Funktionen. Wir haben alles, Ausflussschränke, Mülleimer sind inkludiert, Gorenje Schurrspüler, wie es sich gehört. Wir haben Messing-Goldfarmen mit Würfel. Und was bei der Küche eben auch noch besonders hervorsticht, sind die beleuchteten Glasbodenschränke. Ja, das Ganze wird abgerundet durch einen tollen Kühlschrank, der dabei ist, den Gorenje Herd, das Gorenje Kochfeld. Und was mich richtig, richtig ein bisschen anfixt, ist, dass es zum Teil eben beleuchtete Auszugsschränke mit Funktionen eben im Preis inkludiert. Also Leute, wer eine coole, ein bisschen moderne Küche von der Optik her sucht, der sollte nach Lichterfelde in die Küchenbörse kommen. Statt 17.000 Euro nur 6.000 Euro, nur 5.999 Euro. Coole Küche für einen ganz, ganz kleinen Preis. Also auf zur Insolvenzuräumung zur Küchenbörse.